Lange dachte man, es gäbe einen notwendigen Zusammenhang zwischen liberaler Demokratie und kapitalistischer Wirtschaftsweise. Klar, es gab da ein paar Ausrutscher, aber grundsätzlich würde sich doch beides irgendwann durchsetzen, oder? Schließlich passt es doch so schön zusammen. Von Linken wurde das seit jeher in Frage gestellt und langsam machen sich auch liberale DenkerInnen Sorgen, ob das überhaupt stimmt. Schließlich sehen wir weltweit, wie autoritäre Systeme auch ganz wunderbar mit dem Kapitalismus und auch mit der Demokratie koexistieren können. Aber wie lässt sich die Verwandlung einer Liberalen in eine autoritäre Demokratie nachvollziehen? Karl Marx hat dazu 1852, also vor mehr als 150 Jahren, einen entscheidenden Text veröffentlicht mit dem Namen Der 18. Brümär des Louis Bonaparte. Dort analysiert er die Revolution und Konterrevolution in Frankreich nach 1848, den der autoritären Herrschaft von Louis Bonaparte mündete. Können wir heute den Aufstieg von Trump und Marx verstehen? Denn selbst wenn Trump die Wahl am Dienstag verlieren sollte, sind die Ursachen dafür, dass er vier Jahre lang mit gewissem Erfolg versucht hat, die USA in einen autoritären Staat zu verwandeln, noch lange nicht gebändigt. Wir sollten also versuchen, diese besser zu verstehen. In seinem Text Der 18. Brümär des Donald J. Trump, Überlegungen zum Sieg des Autoritarismus in den Vereinigten Staaten, untersucht der Sozialwissenschaftler Inga Solti noch einmal Marx Thesen und schaut, inwiefern diese sich auch empirisch bestätigen lassen. Er kommt dabei zu erstaunlichen Schlüssen. Herzlich willkommen zu Feine Welt. Der Kapitalismus hat in der Demokratie ein recht grundlegendes Problem. Ökonomisch herrscht die Bourgeoisie. Das heißt, dass die Minderheit, die die notwendigen Produktionsmittel wie Fabriken oder Büros, Maschinen oder Laptops besitzen, diejenigen sind, die entscheiden, wer, wann, wie lange und woran arbeitet. Aber wie sichert man diese ökonomische Herrschaft, wenn die Mehrheit ihr das politisch auch einfach verbieten könnte? Schließlich könnten wir in der Demokratie auch einfach entscheiden, dass es zum Beispiel verboten ist, Leute für sich arbeiten zu lassen. Die Frage lautet also, welche Form der Herrschaft die kapitalistische Produktionsweise sichern kann. Darauf gab es in der Linken unterschiedliche Antworten. Lenin zum Beispiel hielt die Demokratie dennoch für die beste Form, die kritische Theorie hingegen meinte, dass ein autoritäres oder sogar faschistisches System eigentlich am besten wäre. Insgesamt hat die Geschichte aber gezeigt, dass viele Formen politischer Herrschaft den Rahmen für eine kapitalistische Wirtschaftsweise schaffen können. Vielleicht lassen sich aber ja Gründe oder Tendenzen identifizieren, wann und warum sich eher liberale oder autoritäre Formen der Herrschaft durchgesetzt haben. Schauen wir also einmal bei Marx. Im 18. Brümer untersucht er den Staatsstreich von Louis Bonaparte. Dieser hatte zuerst die Präsidentenwahl in Frankreich gewonnen, um sich dann durch den Staatsstreich ein Jahr später zum Kaiser ausrufen zu lassen und autoritär über Frankreich zu herrschen. Eine von Marx wichtigsten Thesen in diesem Text lautet nun, dass sich dieser autoritäre Herrscher nur durchsetzen konnte, weil eine politische Lücke entstand. Die Bourgeoisie war nicht stark genug, um Unangefochten zu herrschen. Die linken Kräfte einer sozialen Revolution waren aber ebenfalls nicht stark genug, um die Herrschaft selbst zu übernehmen. Es steht also nun, wenn wir uns die USA anschauen wollen, die Frage im Raum, inwiefern die Bourgeoisie, oder etwas moderner formuliert, die ökonomische Elite, in den USA zur Zeit von Trumps Wahl geschwächt war. Die Schwäche müssen wir dabei nicht als reale Schwäche im Sinne ihrer tatsächlichen Nacht verstehen, sondern als Schwäche der Akzeptanz. Schließlich geht es ja um die Politik und die Frage, inwiefern sie ihre politische Macht legitimieren können. Festzuhalten ist, dass die Politik in den USA in Folge von der Finanzkrise von 2008 und Obamas Austeritätspolitik ab 2010 ein Vertrauensproblem entwickelte. Die Zustimmungsraten der Bevölkerung bezüglich der parlamentarischen Arbeit hat im Zuge dieser Krise einen historischen Tiefstand erreicht. Eine Woche vor den Wahlen 2016 hatten nur 15 Prozent der Amerikaner eine positive Meinung zur Arbeit des Kongresses. Bei 76 Prozent stieß sie hingegen auf Ablehnung. Die etablierten Kandidatinnen bei der Präsidentschaftswahl standen jedoch alle, naja, für das Establishment, wodurch eine gewisse Lücke in der Politik entstand, die ausgefüllt werden konnte durch populistische Kandidaten wie Trump oder Bernie Sanders. Dass Trump also kein Kandidat der Bourgeoisie bzw. der wirtschaftlichen Elite war, mag erst einmal komisch anmuten, schließlich ist er ja ganz offensichtlich Teil von ihr. Aber der größte Teil der Unternehmensspenden ging auf Clintons Konto. Ebenso wurde sie von fast allen großen Medienunternehmen unterstützt. Selbst in seiner eigenen Partei hatte Trump zu Beginn keine loyale Gefolgschaft, da er sich gegen den Freihandel und gegen die Einmischung Amerikas in internationalen Konflikten stellte. So war Trumps Wahl auch im größeren Rahmen des internationalen Erfolges autoritärer PolitikerIn etwas Besonderes. Er hat keine neue Partei gegründet und dann Sieger eingefahren, sondern hat eine große Volkspartei von innen heraus in eine offene autoritäre Richtung verändert und sich gegen die Parteielite durchgesetzt. Insofern lässt sich insgesamt sagen, dass, ähnlich wie es Marx damals in Frankreich analysiert hat, die bürgerliche Politik in eine Krise geraten ist. Ihr uneingeschränkter Machtanspruch ist nicht mehr so stark, wie er es Jahrzehnte zuvor war. Aber können wir wirklich von einer bonapartistischen Situation in Amerika sprechen? Der Kern von Marx' Gedanken ist ja schließlich, dass ein solcher autoritärer Staat aus einem Gleichgewicht im Klassenkampf entsteht. Wenn also weder Bourgeoisie noch Proletariat eine genügende Macht haben, um ihre Ziele demokratisch durchzusetzen, wendet sich die Bourgeoisie hin zu einer autoritären Herrschaftsform. Das heißt, wir müssen nicht nur die Schwäche der Bourgeoisie analysieren, sondern brauchen auch eine Analyse der Stärke der ArbeiterInnenklasse. Dafür führt Inga Solty vier verschiedene Kriterien an, die ich ziemlich einleuchtend finde. Erstens der Organisationsgrad der ArbeiterInnen in Gewerkschaften. Zweitens die Entwicklung der Arbeitskonflikte, das heißt die Frage, inwiefern die Organisation auch genutzt werden kann. Drittens die Entwicklung der Realeinkommen, das heißt inwiefern die Kämpfe auch erfolgreich sind. Und viertens die Entwicklung der Vermögensgleichheit, die ein Indikator für die politische Macht der ArbeiterInnen sind. Der Organisationsgrad singt tatsächlich seit Jahrzehnten kontinuierlich, von 24% im Jahr 1979 auf 2016 nur noch 11%. Auch die Zahl der Streiks ist in dieser Zeit stetig geringer geworden. Gab es in den 70er Jahren noch knapp 2900 Streiks mit mehr als 1000 Beschäftigten, waren es in den 2000er Jahren nur noch 200 Streiks. Dementsprechend sehen auch die Reallöhne aus. Seit dem Ende der 70er Jahre klafft eine Lücke zwischen der Produktivität der ArbeiterInnen und ihrem entsprechenden Lohn. Und auch die Vermögensungleichheit hat schon vor Obamas Amtsantritt den höchsten Wert seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre erreicht und stieg seitdem nur noch weiter an. Wir müssen also leider zugeben, dass sich empirisch keine besondere Stärke der ArbeiterInnen in den USA finden lässt. Aber vielleicht stimmt es auch einfach nicht, dass der autoritäre Staat eine Antwort auf die Stärke der ArbeiterInnen ist. Vielleicht ist es aber so, dass er eine Antwort auf die Schwäche ist. Hätte Bernie Sanders etwa die Vorwahlen gewonnen, hätte er allen Umfragen und Analysen zufolge gute Chancen gehabt, Trump zu schlagen. Nur durch die Stärke der Bourgeoisie, deren Interesse Hillary Clinton eins zu eins vertrat, wurde Trump ermöglicht. Es sind also drei Momente, die zusammengekommen sind, um den autoritären Backlash in den USA zu ermöglichen. Erstens die Schwäche der Bourgeoisie und zweitens die gleichzeitige Stärke an anderer Stelle, sowie drittens die Schwäche der ArbeiterInnen. Vielleicht könnte man insgesamt sagen, dass die Uneinigkeit beider Klassen die Grundlage für das aktuelle Geschehen ist. So entsteht eben aus dem nicht so klaren Klassenkampf eine politische Lücke, die Leute wie Sanders und Trump nutzen konnten und die Marx schon vor mehr als 150 Jahren aufgespürt hat. Wie aktuell Marx' Analyse ist, sieht man auch allein an den Worten am Ende seiner Analyse. Man wäre doch wirklich blind, wenn man hier nichts von Trump wiedererkennen würde. Zitat, Bonaparte bringt die ganze bürgerliche Wirtschaft in Wirrwarr. Tastet alles an, was der Revolution von 1848 unantastbar schien. Er zeugt die Anarchie selbst im Namen der Ordnung, während er zugleich der ganzen Staatsmaschine den Heiligenschein abstreift, sie profaniert, sie zugleich ekelhaft und lächerlich macht. Die Entscheidung, ob Trump aber nun die Tragödie oder doch nur die Farce ist, überlasse ich aber gerne euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du dich für die US-Wahl interessierst, empfehle ich dir den Livestream von halb 10FM in der Wahlnacht. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich werde auch zwischendurch dabei sein und ein bisschen darüber sprechen, ob man die politische Situation heute mit derjenigen vergleichen kann, die Marx analysiert hat. Folg mir einfach bei Twitter oder Instagram, um zu erfahren, wann genau ich dabei sein werde. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mich gerne unterstützen, indem du das Video mit Freundinnen oder auf Twitter oder Instagram teilst. Vielen Dank.